Hallo ihr Lieben, die ihr Lieben von euch, die meine letzten Videos geguckt haben, wissen, dass ich momentan in den USA weile. Ich habe dazu schon ein Kofferpack-Video gefilmt und heute würde ich euch gerne mein Handgebäck zeigen, was da alles so drin ist. Meine Tasche ist diese hier. Das ist ja diese von Lanchon einfach, diese große in Türkis. Und ja, jetzt werde ich euch mal zeigen, was da drin ist. Leute, ich bin so aufgeregt. Morgen geht mein Flug und ich hoffe, dass dieses Video mich ein bisschen davon ablenkt, wie aufgeregt ich bin. Das erste, was hier drin ist, ist mein kleines Schminktäschchen. Da ist eben alles drin, was man so braucht. Pinsel, Mascara, Rouge und so weiter. Ich werde euch jetzt nicht alles zeigen, was drin ist, weil ich glaube, dann dieses Video ewig dauert. Wenn euch das genauer interessiert, dann mache ich gerne nochmal ein Video dazu, wenn ich wieder da bin. Natürlich müssen so Sachen wie zum Beispiel Mascara und so weiter in eine Extra-Tüte. Die habe ich hier. Das ist diese Flüssigkeitstüte. Ein Liter darf man mitnehmen und da müssen eben alle Flüssigkeiten rein. Da kommt dann natürlich dann eben morgen oder nachher, wenn ich das Video gedreht habe, Mascara rein und auch nach Make-up und so weiter. Und genau, das hier ist eben die Tüte. Ich habe in dieser Tüte schon die meisten Flüssigkeiten drin. Das sind vor allem bei mir Lippenstüfte. Ich habe auch da die Lippenstüfte drin, die eben keine Flüssigkeiten sind. Einfach, weil ich dann alle zusammen habe und ich nicht so viele Flüssigkeiten mit habe, dass sie irgendwie zu viel Platz wegnehmen würden oder so. Das hier sind alle Lippenstüfte, die ich mitnehme, glaube ich. Das ist einmal von Burt's Bees. Eine Lippenpflege in der Farbe, weiß ich nicht, Granatapfel ist das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo es steht, aber es ist Granatapfel. Dann habe ich hier auch noch einen Lippenbalsam von Superfruit. Und dann habe ich eben diese Lippenstüfte hier. Das eine ist dieser hier von Maybelline. Der nennt sich Midnight Move, Nummer 711. Richtig schöner, dunkler Ton. Dann habe ich hier diesen hier von Lord & Berry. Der ist sehr ähnlich zu dem anderen. So ein bisschen heller ist das. Eben so ein Stift. Dann habe ich den hier. Der ist von L'Oreal Studio Secrets Dual Lip Gloss in der Farbe 280 Fashionist. Und das ist halt ganz cool. Das sind eben so zwei Farben. Okay, das sieht ein bisschen eklig aus. Also die vermischen sich dann hier oben eben so. Das ist einmal eben dieses Dunkle und dann diese Glossfarbe. Und das sieht auch richtig toll auf den Lippen aus. Dann habe ich hier einen von Makeup Store. So ein peachiges, so eine peachige Farbe in der Farbe Sunflower. Und das ist so peach mit so ganz vielen Glisterpartikeln drin. Und das sieht richtig toll aus, wenn man draußen in der Sonne ist. Und das gleiche gilt auch für diesen hier. Das ist Evening Glow von Burt's Bees. Den habe ich auch gerade drauf. Das ist eben so ein dunkelroter Gloss mit so goldenen Schimmerpartikeln drin. Sieht auch richtig toll aus. Ja, was ist noch in dieser Tüche drin? Ich habe eben noch so ein kleines von Beauty Bee. Ein kleines Cleaning Tissue. Also so ein Abschminktuch. Oder eben auch einfach, also ich werde das im Flieger benutzen. Da kommt eine Katze. Ich werde das im Flieger benutzen. Was heißt die übrigens von meinen Töpfen? Ich weiß, die sind nicht ganz perfekt, aber ich habe mein Bestes versucht. Nur für euch. Also, ich werde das im Flieger benutzen. Um eben mal mein Gesicht so ein bisschen zu reinigen und abzuwaschen. Und genau, dafür werde ich das finden. Achso, davon habe ich zwei für den Hin- und Rückflug quasi. Dann habe ich hier noch eine kleine Handcreme. Alle, die schon mal längere Strecken im Flieger geflogen sind, wissen, dass sowohl die Lippen als auch die Hände darunter ziemlich leiden. Das hier ist eine, die ich bei meinem letzten Langstreckenflug nämlich nach New York bekommen habe von Institut Carité Paris. Ich habe die bis jetzt noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung, wie die ist. Ich gucke mal. Dann habe ich hier von Avene noch ein. Ein Thermalwasser. Genau, einfach zum Abbrühen, zum ein bisschen Erfrischen und auch vor allem zum Reinigen vom Gesicht. Ich finde das so abartig, wenn man so lange unterwegs ist, ohne sich irgendwie mal das Gericht sauber zu machen. Dann habe ich, ach ja, genau das hier. Das ist auch keine Flüssigkeit. Das ist so eine kleine Handseife von Alverde. Habe ich mitgenommen, um eben einfach dann in den Hotels und so weiter, wo wir dann untergebracht sein werden, auch was zum Händewaschen zu haben. Man weiß ja nie, ob die wirklich was bereitstellen. Deswegen legt mir sowas eigentlich immer mit. Dann habe ich hier Kontaktlinsen. Ich werde im Flieger meine Brille aufsetzen und dann eben, wenn wir angekommen sind, die Kontaktlinsen reinmachen. Und dann habe ich noch so kleine Augentropfen. Die sind von ICY. Die sind richtig, richtig gut. Man macht mal pro Auge zwei Tropfen rein. Und das Erfrischtes Auge halt so ein bisschen macht es wieder wacher. Und vor allem trockenen die Augen dadurch nicht so aus. Und im Flieger ist halt so eine eklige Luft. Und da ist schon sowas ziemlich praktisch, finde ich. Das nächste, was hier drin ist, ist dieses kleine Ding hier. Das ist ein Flugzeug-Kit, nenne ich es jetzt mal. Man bekommt sowas häufig auf Langstreckenflügen. Ich habe das noch so ein bisschen ergänzt. Da ist eben alles drin, was man so zum Schlag macht. Und die Katze ist ja auch wieder ein Bild, sorry. Das erste sind Ohrstöpsel. Normalerweise ist immer nur ein paar drin. Ich habe drei Paar, vor allem zwei Stück von mir, weil ich die vom Flieger nicht gut finde. Das nächste ist hier so ein kleines Tuch. Das habe ich eben mit, um, wenn ich zum Beispiel mit diesem Aventermal was für mich, ja, das Gesicht absprühe, dass man dann einmal auch das eben abwischen kann. Einfach, ich weiß nicht, ich fühle mich dadurch dann irgendwie sauberer, als wenn ich nur das draufsprühe. Und dann trocknet das fest und dann hat man noch mehr Zeug, was irgendwie auf dem Gesicht festgetrocknet ist. Das nächste ist eine Augenmaske. Mega süß. Die habe ich von, ähm, Moment, ich hoffe, ich zerstöre nicht meine Frise. Von, ähm, ist sie nicht süß? Ich habe sie von Nanunana. Äh, genau. Hier steht Night Dream drauf und die ist total weich, richtig bequem und ich liebe sie. Genau, das nächste, was hier drin ist, ist Zahnbisse und Zahntasta. Werde ich auch einfach mal mitnehmen. Aber wie gesagt, kriegt man aber meistens auch im Flieger schon noch. Das nächste, was hier drin ist, sind Kuschelsocken. Oder was sind Kuschelsocken? Also, die Fliegersocken, aber ich werde die diesmal nehmen. Ich habe keine Lust, jetzt noch eigene Kuschelsocken mitzunehmen. Und es ist auch noch eine Haarspange drin, was ich sehr interessant finde. Aber, okay. Die nächste große Tüte, die wir hier drin haben, ist dieses hier. Da habe ich alle meine, ähm, Kabel und technischen Sachen drin. Das war ursprünglich, äh, die Tasche von meinen Tanzschuhen. Und ja, das war irgendwie die einzige, die ich hier hatte, die groß genug ist. Da sind eben, ja, meine ganzen Kabelladekabel für, äh, Kamera, fürs Handy, fürs, ähm, Tablet und so weiter drin. Was hier aber auch drin ist, ist, ähm, so meine Kopfhörer von Friends. Ähm, und in diesem habe ich auch noch kleine Kopfhörer. Also hier sind die, ähm, normalen Samsung-Kopfhörer. Diese halt, die Plugins. Die nehme ich mit, weil ich, äh, sehr gerne Hörbuch höre beim Einschlafen. Und, ähm, dafür sind diese großen von Friends, ich denke, die kennt ihr ja auch alle. Das sind diese hier. Diese hier. Dafür sind die eben ein bisschen schlecht, weil wenn man so auf der Seite liegt und da drauf liegt, dann, ähm, ja, tut das weh und macht die Kopfhörer kaputt. Und deswegen nehme ich eben zu. Hier sind auch die kleinen mit. Die werde ich aber eben nur zum Schlafen nutzen, weil sie hier wirklich, hallo, viel cooler aussehen und auch einen besseren, äh, Sound haben, ja. Und was hier auch noch drin ist, ist mein, ähm, mein iPod. Da habe ich für Bücher drauf, Musik drauf, damit ich mich während dem Fliegen beschäftigen kann. Das nächste, was ich hier habe, sind zwei Brillen-Etuis. Das hier ist einmal das von meiner ganz normalen Brille. Da habe ich, äh, die Brille drin und auch nochmal Ohrschwöpfel. Und, ähm, das hier ist das Etui von meiner Sonnenbrille. Ja. Und die braucht man natürlich auch in der Sonnenbrille. Was bei mir in so einer Tasche auch nie fehlen darf, ist Essen. Ich kriege immer Hunger grundsätzlich und ich brauche einfach irgendwas, wo ich irgendwie, ja, so zwischendurch dran snacken kann. Deswegen habe ich mir so ein paar Sachen eingepackt. Das erste sind die hier, Kesselnüsse. Ich denke, ihr kennt alle Kesselschips. Kesselnüsse waren mir bisher ganz unbekannt und ich bin echt gespannt, wie die schmecken. Dann habe ich hier noch dieses hier, äh, Cranberries. Ich habe die Cranberries mit Erdnüssen gemischt. Dann kann ich euch eben zeigen. Ja. Wie sieht man das? Das ist halt, ja, Cranberries und Erdnüsse. Mh. Und diese Kombi, Leute. Einfach so lecker. Erdnüssen, ungesalzen Tuschperien. Genial. Und dann habe ich noch das hier. Mh. Das sind so viele kleine Kekse. Auch zum snacken. Entschuldigung. Mh. Ich werde auch noch einen Apfel auf jeden Fall mitnehmen. Ein bisschen was Gesundes muss sein. Und, ähm, eine leere Wasserflasche. Genau, das wollte ich euch auch noch sagen. Das ist ein richtig guter Tipp, um Geld zu sparen. Nehmt euch einfach so eine 0,5 Liter Wasserflasche mit leer. Die dürft ihr dann auch durch die Security mitnehmen. Man darf ja nur keine Flüssigkeit mitnehmen. Und füllt euch dann die dahinter am Waschbecken einfach wieder auf. Natürlich muss es Trinkwasser sein, das ist klar. Aber an den deutschen Glucaten ist es immer Trinkwasser. Und ich sehe es einfach nicht ein, für so eine 0,5 Liter Wasserflasche 5 Euro zu bezahlen. Und deswegen mache ich das seit Jahren so und es funktioniert super. Jetzt kommen eigentlich die drei wichtigsten Sachen in meiner Tasche. Das ist einmal mein Geldbeutel, dann meine ganzen Karten und mein Pass. Pass ist, denke ich, klar. Wenn man ins Ausmaß reist, sollte man den mit haben. Das hier ist einfach so ein kleines Etui. Und da kann man... Ich muss jetzt schauen, dass ich euch nichts zeige. Man kann da halt überall so seine Karten reintun. Ich habe halt meine Kreditkarten, meine Ausweise und so weiter, alles hier drin. Ich finde, das ist sehr praktisch. Einfach, weil man da nicht so ein riesen Portemonnaie mitnehmen muss. Und wenn man da dann mal irgendwie weggeht, nimmt man einfach das hier mit und man hat alles dabei. Und das hier ist mein Portemonnaie. Diejenigen von euch, die mich schon ein bisschen kennen, wissen, das ist nicht mein richtiges Portemonnaie. Ich habe eigentlich ein richtig, richtig schönes Portemonnaie aus Leder. Das Ding ist, dass es mir einfach viel zu groß, viel zu dick. Und vor allem will ich einfach nicht, dass es irgendwie auf der Reibe kaputt geht oder verloren geht. Deswegen habe ich mir das hier gekauft von Hubert für drei Euro oder vier Euro oder so. Keine Ahnung. Ich finde es eigentlich ganz süß. Vor allem ist es flach. Und ja, da habe ich Geld drin. Eigentlich nur Geld. Und ja, meine Victoria Secret Kundenkarte. Die muss natürlich auch mit in die Osa. Genau. Im Moment habe ich hier drei Währungen drin. Das sind einmal Pfund für London, weil wir da ja zwischenlanden. Dann habe ich hier kanadische Dollar drin. Und ich habe auch noch Euros drin, weil ich um drei Uhr hier losfahren muss. Und da werde ich bestimmt nicht vorher frühstücken, aber ich werde mir dann nach Flughafen vielleicht irgendwie ein Brötchen oder so kaufen. Und deswegen mache ich auch Euro. Ja, und der Rest, der hier jetzt noch drin ist, sind so Kleinigkeiten. Einmal ein Regenschirm. Ich habe immer einen Regenschirm dabei, weil wenn ich den nicht mit habe, dann regnet es mit Sicherheit. Taschensicher kann man, denke ich, auch immer gebrauchen auf so einer langen Reise. Dann habe ich hier so einen kleinen Ding. Ich glaube, der ist vom H&M. So einen kleinen, wie nennt man das, so einen Roller, um die Klamotten sauber zu machen. Ist für jemanden, der eigentlich eine Katze besitzt, die unglaublich hart ist, sehr, sehr wichtig. Dann einen kleinen Spiegel mit Bürste dran. Vom DM kennt ihr sicher alle. Dann habe ich noch zusätzliche Kontaktlinsenbehälter mit. Und mein kleines Notfallkit. Diejenigen von euch, die mein allererstes Video geguckt haben, das ist das What's in my bag Video. Die haben das hier schon mal gesehen. Da sind halt alles so Sachen drin, die ich glaube, die man eben vielleicht eventuell brauchen könnte. Das heißt Pflaster, einen Tampon, verschiedene Haarspangen oder ein Haarband. Und als letztes habe ich noch dieses hier mit. Geht zu. Als letztes habe ich noch dieses hier mit. Das ist ein Schloss. Und zwar ist es so, dass wir ganz am Anfang in Hostels untergebracht sein werden. Und da gibt es eben Schließfächer, wo man aber sein eigenes Schloss mitbringen muss. Und ja, da ich halt schon ein paar Wertsachen mithare, wie zum Beispiel eine Kamera und das Tablet und so weiter. Ach so, das habe ich vergessen. Das Tablet habe ich natürlich auch noch mit. Darauf filme ich aber gerade. Mein Handy habe ich auch noch mit. Das liegt hier aber gerade irgendwo. Und ja. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das war es auch schon. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich hoffe, ich bin mittlerweile gut angekommen und schon ein paar Wochen in den USA. Ja, morgen geht's los. Ich freue mich mega. Und ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit, während ich weg bin. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.